Jetzt Bonus kassieren auf admiralbett.de Servus zusammen, Manuel von Claudi hier, Trainer beim SV Lof in der Kreisliga 1. Ich habe die Ehre, den ersten Spieltag zu tippen und das mache ich natürlich gerne. Unter Menzing magt Indersdorf, schätze ich unter Menzing als Absteiger mit einer sehr passablen Vorbereitung als Favoriten ein. Mein Tipp 2 zu 1. Gündigen gegen unseren Nachbarn aus Inhauser-Moos. Ich denke, das wird Gündigen machen. Letztes Jahr knapp gescheitert am Aufstieg. Würde ich sagen auch 2 zu 1. Nord gegen Feldmoching, Eberschen-Derby. Da wird es zur Sache gehen, denke ich. Würde ich auf Feldmoching tippen. Tipp 0 zu 2. Niederroth, darauf 65,2. Niederroth offensiv sehr stark, defensiv immer wieder mit Problemen. Darauf 65 eine absolute Wundertüte, je nachdem wer aus der Bayern-Liga runterkommt. Da tippe ich auf ein torreiches Unentschieden 3 zu 3. Allach gegen Lohhof, gegen uns. Da hoffe ich, dass wir am ersten Spieltag trotz Personalmisere einen Punkt mitnehmen können. Und Tipp auf 1 zu 1. Waldeck München gegen Mosach Hartmannshofen. Waldeck für mich einer der Top-Favoriten dieses Jahr. Wird für mich eine klare Angelegenheit, 3 zu 0. Und Erdweg gegen den Aufsteiger aus Bergkirchen. Erdweg, eine ganz gestandene Kreisliga-Mannschaft, seit Jahren dabei. Denke ich, wird auch Erdweg machen gegen den Aufsteiger. Tipp 2 zu 0. So, euch allen noch eine restliche gute Vorbereitung und einen guten Start in die Punktspiele. Danke. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.